In den nächsten zwei Videos nimmt uns Katja Meier mit auf eine Reise. Um genau zu sein auf eine Datenreise. Solche Datenreisen sind eine Methode der Critical Data Studies. In den Critical Data Studies geht es um die kulturellen, ethischen und soziotechnischen Herausforderungen, die sich an der Schnittstelle von Informatik, Sozialwissenschaft und Gesellschaft ergeben. Bevor wir uns auf diese Datenreise einlassen können, erklärt uns Katja Meier in diesem Video, warum Daten nicht als Rohstoff verstanden werden sollten. Daten werden durch unterschiedliche Prozesse erzeugt, existieren immer in einem bestimmten Kontext und haben verschiedenste Funktionen. Ob bin ja nominal, ordinalmetrisch oder textuell, Daten sind nicht gleich Daten. Jetzt widmen wir uns dem Thema Vertrauen und Verantwortung in Zeiten von Big Data aus der Perspektive der Daten und der Critical Data Studies. Critical Data Studies oder auch Critical Algorithm Studies erforschen die kulturellen, ethischen und soziotechnischen Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Informatik, Sozialwissenschaft und Gesellschaft. Ein Mythos im Big Data Zeitalter ist, dass Daten ein unveränderlicher Rohstoff sind, der gewonnen und kopiert werden kann und unabhängig von seiner Genese weiterverwendet werden kann und damit eine ungeheure Wertschöpfungskette begründet. Rohdaten ist der Begriff, der dies am besten darstellt. Doch ist dieser Begriff irreführend, denn Daten sind quasi immer schon gekocht. Vielleicht sollten wir kurz innehalten und festhalten, dass es sich bei Daten nicht um etwas unmittelbar Gegebenes handelt, sondern dass Daten durch unzählige Technologien wie zum Beispiel Aufschreibesysteme oder Vermittlungsprozesse generiert und zirkuliert und auch verändert werden. Daten sind somit durch Beobachtungen, Messungen, statistische Erhebungen und anderem gewonnene Werte, Angaben oder Befunde. Daten existieren nicht ohne Bedeutungs- und Verwendungskontext. Doch im Gegensatz zu Fakten, welche nicht mehr Fakten genannt werden, wenn sie sich als falsch erweisen, bleiben Daten auch dann Daten, wenn sie falsch sind. Der Begriff Daten umfasst außerdem eine Vielzahl an Formaten, die unter einem gemeinsamen Dach zusammengefasst werden. Es gibt verschiedene Arten von Daten, wie zum Beispiel binäre, nominale, ordinale, metrische und textuelle Daten, die sich durch den Prozess, durch den sie generiert werden, den Bereich, in dem sie erhoben werden oder ihre Funktion in einem digitalen System unterscheiden lassen. Es macht nicht nur juristisch, sondern auch sicherheitstechnisch einen großen Unterschied, ob Daten personenbezogen sind oder nicht. Daten können sowohl der Input als auch der Output eines Systems sein und können auch digitale Vermögenswerte darstellen, wie zum Beispiel Kryptowährungen oder Musikvideos. Wir haben bereits gehört, dass es sich bei Big Data vor allem um große Mengen an oftmals in Realzeit erstellten und strukturierten digitalen Daten handelt. Diese Daten kommen aber nicht alle aus dem Internet von irgendwelchen Social Media Plattformen, eben durch Web Scraping oder Data Mining, sondern werden an vielen Stellen teilweise automatisiert von Sensoren oder mobilen Geräten generiert. Vom Auto bis zum Herzschrittmacher, von der Wetterstation bis zu dem Funkchip in der Verpackung im Supermarkt. Jedes Gerät kann zum Big Data Werkzeug werden, wenn es vernetzt ist und Daten übermitteln kann. Ich muss hier anmerken, dass Zugang zu großen Datenmengen noch lange nicht bedeutet, dass dieser Zugang auch ethisch und gewollt ist. Doch dieses ist ein anderes wichtiges Thema. Die Sammlung und Auswertung großer Datenmengen beeinflusst inzwischen alle Bereiche unseres Lebens. Einige AutorInnen beschreiben Big Data auch als Mythologie und weit verbreiteten Glauben, dass große Datensätze eine höhere Form der Intelligenz und des Wissens bieten, die zu Einsichten führen können, die zuvor nicht möglich waren, mit dem Nimbus der Wahrheit, Objektivität und Genauigkeit. Wenn man jedoch tiefer in die Komplexität der Datenpraktiken eintaucht, wird schnell klar, dass ein Mehr an Daten noch lange nicht bedeutet, dass diese bessere oder wahre Beschreibungen unserer Welt liefern. Im Gegenteil, es wird deutlich, wie aufwendig der systematische Umgang mit den großen Datenmengen ist. Der englische Begriff der Datafication bedeutet Verdatung und bezeichnet die Übersetzung und Quantifizierung unserer Lebenswelten in digitale Daten und Metadaten. Als typisches Beispiel dafür werden immer wieder Fitness-Tracker genannt. Ein solches Gerät erfasst Daten wie die Anzahl der Schritte, die zurückgelegte Entfernung, die Kalorienverbrennung und die Herzfrequenz der Trägerin. Diese Daten werden dann in einer Cloud gespeichert und über die Population aller Fitness-Tracker-Trägerinnen im Dashboard analysiert. Die eigenen Daten werden so vergleichbar und verhalten optimierbar. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die vielen weiteren Geschäftsinteressen, die auf diese Daten zugreifen können. Daten bekommen einen Wert. Metadaten wie Datuminformation zum Erhebungsinstrument oder Dateneigentümerin statten Daten mit Kontextinformationen aus und sind notwendig, damit Daten weiterverarbeitet werden können. Datenfluss und Weiterverarbeitung sind von vielen Faktoren und Infrastrukturen abhängig. Der Standardisierung kommt hier eine besonders wichtige Rolle zu. Ein Datenstandard ist ein von einer regulierenden oder branchenspezifischen Organisation festgelegtes Regelwerk, das die Art und Weise beschreibt, wie Daten erhoben, verarbeitet, übertragen und aufbewahrt werden sollen. Diese Standards dienen dazu, die Qualität der Daten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie für einen vorgesehenen Zweck geeignet sind. Ein Datenstandard kann beispielsweise Regeln für die Formatierung von Daten, die Verwendung von Kodierungen und die Verarbeitung von fehlenden Werten enthalten. Damit gewährleisten Datenstandards den Datenfluss durch verschiedene Systeme und Anwendungen. Sie erlauben auch, diese Bewegungen unter Berücksichtigung der Metadaten zu dokumentieren und kritisch zu beleuchten. Denn spricht man von Vertrauen in Daten, bezieht man sich zunächst auf das Vertrauen in die Integrität, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Daten. Diese Aspekte finden sich nicht in den Daten selbst, sondern in den datengenerierenden und verarbeitenden Infrastrukturen und Institutionen. Diese Akteure verwalten die Daten nicht nur, sondern sie interpretieren diese auch, reichern sie an oder verändern sie und teilen sie weiter. Vertrauen in Daten bezieht diese Ebenen also immer mit ein, auch wenn die Vorgänge hinter der App, dem Dashboard und den Daten unbekannt und die Verantwortlichkeiten in den Dateninfrastrukturen komplex sind. Nachdem die Verdatung und die anschließenden Datenverarbeitungen nicht unmittelbar und vollständig beobachtbar sind, bieten die Critical Data Studies eine Methode namens Datenreisen, um einen Überblick über die Prozesse und Akteure zu erlangen. Bei dem Ansatz der Datenreisen, bei dem der Fokus darauf gelegt wird, wie Daten sich im Laufe der Zeit und durch verschiedene Orte und Kulturen der Datenpraxis bewegen, geht es darum, den Weg der Daten von der ursprünglichen Erfassung bis hin zu ihrer Wiederverwendung in unterschiedlichen Kontexten zu verfolgen. Dieser Ansatz zeigt gut, wie veränderlich Daten im Laufe der Verarbeitungsschritte sind, wie sie an Bedeutung gewinnen oder verlieren können und wie sehr unterschiedliche Geschäftsinteressen die Datenformatierung und Interpretation beeinflussen. Joe Pates und ihre Co-AutorInnen verfolgen in ihrer Studie die unterschiedlichsten Wege und Blockaden von Wetterdaten in ihrer soziomateriellen Beschaffenheit. Die Datenreise beginnt mit der Erfassung von Wetterdaten an einer lokalen Wetterstation in England. Diese Daten werden dann an das britische Wetteramt weitergeleitet, wo sie verarbeitet werden. Anschließend werden die Daten in sehr unterschiedlicher Weise in der Klimawissenschaft und beispielsweise auf den Finanzmärkten verwendet. Die Wetterdaten für Vorhersagen für Finanzmärkte werden rasch und laufend benötigt und daher ohne weitere Bearbeitung wie etwa Reinigung oder Projektion fehlender Daten gesammelt. Die Klimawissenschaft hingegen braucht vollständige Daten mit langfristigem Horizont. Zusätzlich wird untersucht, wie historische Wetterdaten und Daten, die von AmateurbeobachterInnen und BürgerwissenschaftlerInnen erfasst werden, in den Prozess einbezogen werden. Mittels Interviews und Beobachtung können die WissenschaftlerInnen die spezifischen Datenpraktiken untersuchen, die an unterschiedlichen Standorten ausgeübt werden, sowie die soziokulturellen Werte, die diese Praktiken beeinflussen und rechtfertigen. Weiters werden die materiellen Bedingungen und institutionellen Kontexte, in denen diese Praktiken stattfinden, sowie die Gesetzgebungen, die den Datenverkehr regeln, analysiert. Leider gibt es die schöne Website zu diesem Projekt Life of Data nicht mehr, aber ein Screenshot ist noch geblieben. Die Farben und Wege auf der eingeblendeten Karte zeigen die unterschiedlichen Bereiche und Akteure der Datenverarbeitung an. Wir sehen etwa, dass die Daten von Wetterstationen, aber auch von Citizen Scientists oder aus Archiven stammen. Wir können nachvollziehen, wie sie sich in die Klimaforschung oder zu den Finanzmärkten bewegen. Mit der Methode der Datenreisen kann man Daten durch ihre Verarbeitungszyklen verfolgen. Von der Planung zur Datenerhebung und Erfassung, zur Aufbereitung und Analyse, über die Datenverarbeitung hin zur Datenwirkung, über die beteiligten Infrastrukturen, Standards, Gesetze, Organisationen bis hin zu den Datenmärkten und Entscheidungen, die aufgrund von diesen Daten getroffen werden, werden die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Daten und ihre Akteure sichtbar. Und es wird deutlich, wie immens komplex die Prozesse sind, auf die wir uns verlassen wollen. Es bietet sich aber auch an, solche Datenreisen individuell zu organisieren und seinen eigenen persönlichen Daten zu folgen und so über die am Handy installierten Apps oder die Fitness-Tracker mehr herauszufinden. Welcher Policy habe ich da eigentlich zugestimmt? Welche Organisationen haben Zugriff auf welche Art meiner Daten? Warum dürfen sie das? Wie werden diese Daten zum Beispiel fürs Marketing weitergegeben? Welche Infrastrukturen sind dafür notwendig? Warum sehe ich diese Werbung für ein Gesundheitsprodukt? Viele dieser Fragen kann man mit einer Datenreise beantworten. Die Datenreise ist auch eine wunderbare Vorbereitung auf die nächste Session, in der wir uns auf eine ähnliche Reise begeben. Anhand des visuellen Mappings der Anatomie eines KI-Sprachassistenten werden wir uns die soziomateriellen Dimensionen von Big Data ansehen. Ok. 8 Barf Angewöentially AngewöICIA Car Luck Angew